Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es um das Thema Welpenabholung und worauf man achten sollte aus unserer Sicht. Ja, die Aufregung steigt. Es gibt kaum einen schöneren Tag als die Welpenabholung im Leben eines neuen Hundebesitzers. Über mehrere Wochen hat man darauf hingefiebert und dann endlich ist es soweit und man kann sein neues Familienmitglied abholen. Aber was ist der richtige Zeitpunkt für die Welpenabholung? Also frühestens nach acht Wochen sollten die Welpen von der Mutter getrennt werden. Der Zeitpunkt ist aber sehr individuell, deshalb im Austausch mit dem Züchter den richtigen Moment abpassen. Hat der Welpe gerade eine unsichere Phase, lieber noch ein paar Tage länger warten, so schwer es einem auch da in dem Moment fällt. Ja, der Tag der Welpenabholung. Am Tag der Abholung sollte man selbst gelassen sein und sich Zeit nehmen. Wenn man möchte, kann man ein kleines Geschirr und eine Leine mitbringen, um den Hund sicher zu führen oder aber man nimmt ihn einfach auf den Arm. Oftmals gibt es dann noch vom Züchter ein kleines Welpenpaket. Das ist eine Tasche, in der das aktuelle Futter ist, ein paar Leckerli, ein Spielzeug und natürlich auch der Impfausweis. Ja, eigentlich muss ein Hund im Auto gesichert sein. Für die erste Fahrt ins neue Zuhause kann man den Welpen dafür zum Beispiel in eine kleine Transportbox legen und sich gemeinsam mit ihm auf die Rückbank setzen. Dabei kann man auch eine Hand in die Box halten, sodass der Welpe weiß, er ist nicht allein. Oder aber man nimmt ihn ausnahmsweise auf den Schoß. Darunter legt man eine flaschige Decke und transportiert ihn eben so nach Hause. Ja, nach der Abholung im neuen Zuhause angekommen. Nach der Fahrt kann man zum Beispiel direkt mit dem jungen Hund in den Garten ganz kurz oder auch auf eine Grünfläche. So kann er sich gegebenenfalls erleichtern. Eventuell ist der Welpe dafür aber noch viel zu aufgeregt, also nicht wundern, wenn das denn nicht auf Anhieb klappt. Die neuen Räumlichkeiten erkunden. In der Wohnung oder im Haus angekommen, sollte man den Welpen nicht mit zu viel auf einmal überfordern. Lieber erstmal nur ein oder zwei Räume zeigen und es langsam angehen lassen. Man kann dem Hund auch seine potenzielle Schlafbox oder sein Körbchen schmackhaft machen, indem man ihm ein Leckerli gibt, wenn er hineinkrabbelt. Und auch den Trink- und Fressnapf sollte man zeigen. Und dann heißt es erstmal Ruhe geben, kuscheln und die neuen Eindrücke verarbeiten lassen. Es ist eigentlich immer Zeit für Geschäfte. Deshalb, wenn sich der kleine Welpe nach einem Nickerchen erholt hat, ist es zu empfehlen, nochmal auf eine Rasenfläche zu gehen. Junge Hunde müssen eigentlich ständig auf Toilette, deshalb kann man gar nicht zu oft rausgehen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu erleichtern. Und idealerweise ist das dann eben auch schon auf dem, in Einführungszeichen, richtigen Untergrund, also Gras, Erde, Laub, sodass er das für später auch lernt. Spazieren gehen sollte man mit dem kleinen Welpen noch nicht wirklich. Es wären einfach viel zu viele Eindrücke, vor allem wenn man in der Stadt wohnt. Erst nach der Eingewöhnungsphase sollte man kleine Strecken gehen. Und als Faustregel gilt hier fünf Minuten pro Lebensmonat. Ja, Welpen haben eigentlich ständig Hunger, deswegen wird ein Welpe meist noch viermal am Tag mit kleinen Portionen gefüttert. Auf jeden Fall sollte man das Züchterfutter weiterfüttern, um nicht noch eine Veränderung im jungen Hundeleben hervorzurufen. Und nach der Eingewöhnungsphase kann man das Futter dann schrittweise umstellen, wenn man denn möchte. Ja, besonders spannend ist natürlich die erste Nacht nach der Welpenabholung im neuen Zuhause. Nach einem aufregenden Tag mit ganz vielen Nickerchen und langen Kuschleinheiten und häufigen Besuchen auf der Rasenfläche kommt es zur ersten Nachtruhe. Der Welpe sollte in der Eingewöhnungszeit unbedingt mit im eigenen Schlafzimmer schlafen. Ob jetzt in einer Box oder einem Körbchen oder sogar im eigenen Bett, ist dabei natürlich jedem selbst überlassen. Man sollte sich aber bewusst sein, dass es eventuell schwer sein könnte, das Schlafen im eigenen Bett wieder abzugewöhnen, sollte es dann irgendwann einmal doch nicht mehr gewünscht sein. Die geschlossene Box oder das Körbchen sollte man neben dem eigenen Bett platzieren, sodass der Hund merkt, dass noch jemand in der Nähe ist. Im Laufe des Tages ist es natürlich auch sinnvoll, Box und Körbchen mit etwas Positivem zu assoziieren und zum Beispiel Leckerli zu geben oder Streicheleinheiten zu geben, wenn der Welpe hineingeht. Eine Box, so sagt man zumindest, ist praktisch, wenn man die Stubenreinheit schnell antrainieren möchte. Welpen erledigen ihr Geschäft nicht oder nur super ungern im eigenen Bett und melden sich deshalb vorher. Aus einem Körbchen können sie halt theoretisch rauskrabbeln und in eine Ecke orientieren, also vorher überlegen, was einem da besonders wichtig ist. Kurzer Exkurs, wie das bei uns war. Also Moki hat nach kurzem Quengeln gut in seiner Box geschlafen. Er hat sich in den ersten Nächten jeweils einmal zum Pipimachen gemeldet und ansonsten durchgeschlafen. Und selbst im Erwachsenenalter haben wir die Box noch lange genutzt. Die stand dann zu Hause einfach offen in seinem Schlafzimmer, was unser Arbeitszimmer ist. Und auch auf Reisen haben wir die Box mitgenommen und sie dort dann auch über Nacht geschlossen, wenn es eben ungewohnte Umgebungen waren. Nach ungefähr anderthalb Jahren haben wir die Box letztendlich komplett abgebaut. Moki hat auch gut in seinem normalen Hundebettchen geschlafen und brauchte die Box nicht mehr. Aber wir können sagen, mit dem richtigen Training und der entsprechenden Vorarbeit können wir eine Box absolut empfehlen. Ja, dann noch das Fazit zur Welpenabholung. Also die ersten Tage nach der Abholung sollte man dem Welpen viel Zeit geben, alles super langsam angehen. Und erst nach der Eingewöhnungsphase, die aber von Hund zu Hund unterschiedlich lang sein kann, kann man eben auch anfangen, mehr und mehr zu erkunden. Wenn der Welpe sicher und ohne Scheu im neuen Zuhause umhergeht, kann er zum Beispiel Alltagsgeräusche wie einen Föhn und einen Staubsauger zeigen und auch kleine Spaziergänge einbauen. Man sollte sich hier aber immer am Hund orientieren und individuell große Schritte machen. Denn letztendlich gibt es ja nichts Schöneres, als um kleinen Welpen die Welt zu zeigen und gemeinsam neue Dinge zu erleben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch mal, wie die Abholung bei eurem Welpen war in den Kommentaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017